So Freunde der Sonne, kam gerade ein Anruf, die Leber ist da, die neue, aber muss weit weg sein, weil die kommt jetzt früh um halb zwei, wird mit dem Flugzeug gebracht und wir fahren jetzt im OKE und ich bin ein bisschen aufgeregt und das ist eine Mischung zwischen Angst und Freude natürlich. Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen, sonst schießen mir die Tränen raus. Wird wahrscheinlich bloß ein Short Review werden hier, weil es so kurz ist, ich kann aber ganz kurz und länger quatschen, aber es muss ja noch hochgeladen werden, dann kriegt ihr sowas ja nicht mit, weil ich weiß nicht, ob ich hier noch Empfang habe. Es war jetzt ein bisschen scheiße jetzt, weil jetzt gerade Freitag Feier am Verkehr ist, wir müssen nach Hamburg rein, aber wir können die Polizei, wenn mal jemand sehen, sagen, dass wir dann irgendwie schnell ins OKE müssen und dann bringen die mich per Blaulicht da hin. So, das wollte ich mir Bescheid sagen. Eine schlechte Nachricht habe ich noch, Sonntag kommt kein Video raus. Okay, wir sehen uns hoffentlich. Tschüss, Likowski.